Dieser Hund macht heute besonders viel Spaß, weil ich finde, diskutierende Hunde haben irgendwie so einen Aspekt von freudiger Herausforderung. Dann zu einem Punkt, den ich auch ganz häufig bekomme, wie viel muss ich mit meinem Hund am Tag trainieren? Man trainiert immer mit dem Hund. Die ist jetzt seit zwei Stunden hier und ich habe die in diesen zwei Stunden wie oft zurückgeschickt? Bauchgefühl 40 Mal, weil die halt der Meinung ist, wenn ich mich hier auf meinen Stuhl setze, um meine Arbeit zu verrichten, dann könnte sie aufstehen. Oh doch, jetzt tut sie es wieder. Genau das ist nämlich die Sache. Mir ist das egal. Ich nehme das nicht persönlich. Ich bringe den Hund mit seiner Hausleine zurück auf sein Körbchen und er kann das noch den ganzen Tag machen, wenn er lustig ist. Es spielt keine Rolle. Ich werde nicht aufgeben und ich werde das so lange tun, bis dieser Hund nachgegeben hat und schläft. Und auch das ist etwas, was mit rein spielt in zuverlässiges Verhalten beim Unschaffen. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, du bleibst da, nach Nummer 47 von Hinterfragen dann aufgeben und mich dann wundern, ja keine Ahnung, draußen hört er nicht. Ich habe aber manchmal, wenn ich Sitz sage, dann reagierte. Das, was ich hier an Regel festgesetzt habe für diesen Hund, ist gesetzt. lasstws